Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play GTA 5. Hier auf meinem kleinen Twitch-Kanal. Ich wundere mich gerade, warum da ein Ding nicht richtig läuft. Naja, schauen wir mal nachher danach. So, wir sind aktuell als Driver unterwegs und wundern... Ich wundere mich, warum er auch über eine Million hat. Komm und mach mir dann auch in Geländerin. Offroad-Ereignisse. Chefkoch, Downhandcap, Notfalldienst, Teilenabressant, O'Neill, Oscar, Ron, Wade. Luftschiff, okay. Hi, ich bin's, Brad aus dem Knast. Trevor, ich hoffe, dir geht's gut. Es ist eine Weile her, dass ich dir geschrieben habe. Die Wachen sagen, dass ich vielleicht bald Besucher empfangen darf. Wenn ich dich aus... Äh, empfangen darf. Wenn ich mich benehme, ich hoffe, du hältst dich aus Schwierigkeiten raus. Entweder das, oder du musst dich stellen. Der Knast ist gar nicht so übel. Ich glaube sogar, du würdest ihn lieben. Mir fehlt Mike hier, aber der ist jetzt an einem besseren Ort. Ich habe keinen Freund. Danke der Nachfrage. Diese ganzen Knastgeschichten stimmen gar nicht. Das klappt nur, wenn man es will, Brad. Du wirst nicht glauben, aber Mike ist noch am Leben. Er wohnt in Los Santos. Ich hab's im Fernsehen gesehen. So. BigBadRon at ifind.info Lagerleben. Hey, Drever. Ich hab gerade diese Leute vom Altruistenkult getroffen. Sie haben da Kakerlaken rum? Sie haben ein Lager irgendwo oben in den Bergen und wollen dir Bares geben, wenn du ihnen verirrte Seelen bringst, die gerettet werden müssen. Klingt nach leichtverdienendem Geld. Angeblich wollen sie sie nur zum Abendessen da behalten. Ron. Klar. Zum Abendessen. Wie Hannibal Lecter. Mods Losandos Customs. Was haben wir noch? Gunset Ammunition und Event Los Santos. Thousand San Andreas Super Blablabla. Geländerren Los Santos. Komm und mach mit bei dem aufregenden Geländerrennen des Landes. Bring dein eigenes Fahrzeug mit und reize es bis ans Limit aus. Fahre um die Wette und dann die Chance auf hohe Geldpreise zu nicht verpassen. Thousand San Andreas Support Autos. Das nächste Mal machen wir jetzt die Einstellungen. Thema ist natürlich Rot, Lila, Pink, Orange. Damals doch. Profil. Normalmodus. Vibration. An. Team Orange. Klingelton. Eins. Profil. Normalmodus. So. Dann würde ich sagen, speichern wir auch schon einmal mal ab. Schauen wir mal nach, was der Kleiderschrank so hergibt. An Outfits. So. So ein Jeans sieht besser aus, nach meiner Meinung. Anzüge. Hat er keine, ne? Warum sollte Driver auch Anzüge tragen? Kaputzenpullis. Hat er in schwarzen Jacken. Hat er die blauen Jeansjackehosen. Hat er hier Blue Jeans. Gräf haben eine Kakehose. Feldarmikakehose. Hellbraune, schwarze Kakehose. Schwarze Kakehose. Polohemden. Sind beide hässlich Hemden. Das sieht doch mal gut aus. So ein richtig klassisches Polohemd. So. So. You need to pull over now. Stop your vehicle. So, dann gehen wir mal hier auf die Karte. Es gibt ja Sachen, die auch nur er machen. Er kann Tennis spielen. Das hätte ich nicht gedacht. Aber er kann sich tätowieren lassen. Suburban. Das kann jeder. Strip-Club kann jeder. Unterschlupf. Triathlon kann jeder. Seilbahn. Ponsor bei Luftschiff. Los Santos Customs. Kino. Golf kann er auch spielen. Geländewagen. Motorrad Quad. Garage. Pillbox. Griseursalon. Fremde und Freaks. Fährgeschäft. Discountster. Chinesen. Binko. Beakers. Garage. Auto-Waschanlage. Ammonation. Immunation. Spieler. Fahren wir doch mal zu den netten Freaks und fremden Freaks. Oder Freunde und Freaks. Wie war's? Keine Ahnung. Wie ist genau? Hier ist da. Machen wir uns auf jeden Fall jetzt mal auf den Weg hin. Kann nicht mehr lange dauern, bis wir dort sind. So. Hier bist du, Handsome. Hallo, Maud. Wie bist du? Oh, einfach wunderbar. Und du? Bist du das gleiche. Irgendwann zwischen Joyful und Peachy. Auch in diesem Weltall, full of scum und detritus, ist es nur richtig, dass wir alle unsere Handel haben. Das ist nicht die Wahrheit. Geh das, der Wettbewerb. On the run. Desperate. Alone. About to learn the true meaning of suffering. All for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud. And the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Okay, besorgen wir ihr diesen Typen. Okay, jetzt kam der Kopfgeld. Welt-Mission, ne? Auch sowas. Dann machen wir jetzt die Chines-Mission oder dann machen wir die Trevor-Mission? Dann machen wir mal der Chinese. Die war ja eben schon von Fikua. Dann machen wir sie da. Okay, jetzt gehen wir mal. Okay. Okay. Oh, my. Ah, whatever. Howdy. How are you? You know, every day's a challenge, but I'm staying strong, you know? You're still banned. What about these two? Whoever wins gets banned. He's won. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay. But any more bodies turn up in my bar. I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang. Pleasure to meet you. Oh, no. I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. Oh, oh. Oh, oh. Das kann nur schief gehen. This is the most beautiful thing in my life. What the fuck is wrong with him? What the fuck is wrong with him? This is this. Come, 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 come. I'm out. No. Don't go. Please. I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips cooperation is serious business. We pay good price. Things work out. We partner. Make big money. I'm rushing. Well, let me show you the operation. Okay. This is us. The chef coach. The chef coach. Well, you can't get here quick enough. Or take us on his way with some friends. Says he's gonna take us out of business. Funny that. I told him the same thing just the other day. Get here and you can sell it between you two. Okay. Maybe we'd have to kill him again. I'm sure your boss don't want this crank for... This crank for his own personal consumption. No, no. Mr. Chang Senior is very specific. He wants a good reliable source of meta-emphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. Shit, Trevor. We ain't got long. Whoa, whoa, whoa. Manor, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Xiong. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right? Gentlemen, please. Come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? There you go. Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out. No. So fun. Jewel will recommend shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me. Oh, cool. I knew we were having visitors. What did that little spring clean? Ortega has always been cool with us before. Oh, no, 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 no. Hey, run, stay down. Jody. This is extremely unprofessional. Oh, fucking shit. Clean him up, chef. Come on. You fuck it, man. You fuck it, man. Shit, man. They're through the fence. We better get on this. I gotta reload. What the hell? Where you gonna go? Look out. On the left side. What the hell? They got the whole contention here. Yes, peckers are as bad as the lost. Woo! I'm starting to think they really want to kill me. They're around the back of the building. Trevor, man, get behind something. Crude, motherfuckers. Come on. Hey, I'm a yodi. Hey, I'm a yodi. These balls do some amount of damage. I'm from Mfeng. I got high�니다. It doesn't go immediately. I don't数 times higher. No, just lira. No, punky. I just bought all my Twitches. No, this is just like that. Du sollst da weg und rennen. Du sollst da weg. Du sollst da weg und rennen. 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 Und dann gehen wir uns. Dann fahren wir an den... Du sollst da weg und rennen. Du sollst da weg. Hey, hey. Ich sagte es. Creepig. Old. Motherfucker. Du sollst da weg. Du sollst da weg. Donner, du sollst da weg und rennen. Am I creepy now? Am I? Holy fuck. What? I can't stop it. Damn it, I'm out. Shit. You want redneck? Oh, I'll give you redneck. We got a brother down. Asshole. You couldn't keep your mouth shut, could you? I'll give you redneck, could you? Yeah. Ganz kurz. Nein, nein, wir sind tot, wir sind tot, wir sind toooood. Das war falsch überlegt, ein erneuter Versuch. Woah. Oh. Ah. Oh. 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 No, fuck yourself! Nobody talks about my mother! You insa- You insa- Help me! Get down! Get down! Fuck me! In my hometown! Get down! 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 Diesmal haben wir uns besser geschafft. Ein bisschen konzentrieren. Okay. Zumindest denke ich mal, wir sind creepy genug. Karabine, keine Waffenerweiterung. Okay, da haben wir jetzt noch einige Waffen angesammelt. So, dann fahren wir jetzt in den Steinbruch. Mal gucken, was uns das jetzt erwartet. Schauen wir uns unterwegs dann mal nochmal Mr. Ralph Odrofsky an. Älterer Mann, Glatze, Tattoo oben auf der Brust. Werden wir finden. Kann so schwer jetzt auch nicht sein. Oh Gott, wie blöd. Nein, drunter geraten. Ah, wie blöd, wie blöd, wie blöd. Oh, Mann. Zum Kotzen. Aber ich würde sagen, das ist auch nicht so schlimm. Oder? Doch. Ist es das? Denn wir beenden jetzt hier einfach mal diese Folge. Und sehen uns dann gleich noch zu einer weiteren vierten Folge. Let's Play GTA 5. Macht's gut. Bis dahin. Euer Replika 666. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's.